I see you Ich habe sie noch gar nicht erschrocken Okay Musst du die anziehen? Ist nicht Oh Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte Dass er gezwungen wurde, hineinzusteigen Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versenken und sein Fleisch zu garen Begriff er, dass es sein Grab sein sollte Seine Schmerzenschreie halten in die Messingkammer wieder Drangen bis zum Kopf des Bullen Draußen konnten die Männer den Bronzen Bullen brüllen hören Oh mein Gott Was passiert jetzt? Ich schreie Verschlech dich Kugel Ja Habe ich jetzt alle? Ja Ne Fehlt noch zwei Gut Eins, zwei Kombinieren Stück, alle öffnen mit Sechs Stück sind es doch Eins, zwei, drei, vier, fünf Echt jetzt? Einen fehlt noch, ja Die Rest liegen Warum steht das da nicht mehr? Wie viele Kugeln? Oh, oh Scheiße Egal War es dich wirklich fünf? Nein Sicher? Ja Oh Schon Weiß ich nicht mehr Aber ich glaube schon Weiß ich mehr Wart da was? Ne Okay Okay Geh mal Geh mal Wieder bücken, ne? Ja Bin ich schon Weg da Von der Tür Wo laufe ich denn wieder? Einmal rückstrum Ich würde eigentlich an der Wand Dank machen Lieber nicht Warum, wenn er kommt? Wenn euch gefällt, daumen hoch Abo freut mich auch Und uns auch Ne? Sehr Ja Und Kommentare wäre nicht schlecht Wenn er mal macht Ja Dass wir wissen, wie es ist Ja, damit er wissen, wie er das überhaupt findet Und ob euch das gefällt Und was man vielleicht besser machen kann Oder auch nicht Und keine Beleidigungen Ne Wären sofort gelöscht Stimmt Ja Und auch sofort gemeldet Das mag nämlich YouTube gar nicht Das geht auch für andere Videos Also nicht nur dieses Ne Aha Da geht es nicht weiter Stimmt, Schatz? Ja Für alle Man ist ja erwachsen genug Eigentlich Oh Gott Was? Oh, sind die Bucks Ich dachte, sie sind sowas Ne Also sind aufgestanden Oh Gott Ist das so schlimm, wenn man aufsteht? Wo? Ich sehe es nicht Hinter dir vielleicht? Keine Ahnung Ja Da Oh oh Schnell, schnell, schnell Weg Wo ist der? Keine Ahnung Der steht irgendwo Hinter dir Hinter der Säule Geh näher ran Jetzt bleib stehen Ist das schon gut? Wo? Da Oh Gott Ich geh mal da rüber Ja Ich bin zu Ungeheuer Der ist hinter uns Laufheld Der hast du gesehen, ne? Der kann es nicht sehen Ich geh jetzt einfach Ja Ja Vielleicht ein bisschen abhängen Hängen Ah, jetzt Alter Alter Der ist weg Hm Was ist denn jetzt wieder? Der Nächste oder was? Hinter uns Immer noch? Ich glaube schon Kann man nicht rennen Nein, lieber nicht Aber der ist halt Wohin denn? Eine Mauerer wieder Ja, eine Mauer Da, ne? Ja, da ist die Tür Aber das stimmt Nee Oh Gott War ich da hinten schon? Weiß ich Egal, ich geh jetzt einfach rein Hm Mama Das ist der Eingang vom Altairraum Ah, jetzt sind wir die Kugeln wieder zurück, ne? Ja, wir haben nur noch fünf Das ist der Eingang vom Altairraum Nein, verdammt Reicht sie Oder? Wieso? Geh wir Reden Die sind weg Da oben Sie deserve it Hauptschiff Wo müssen wir die Kugeln zusammensetzen? Ich weiß wir nicht mehr Hm Wo haben das? Ich weiß es auch nicht mehr Das Irgendein Raum Irgendwo 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 Das war gut Wo war das? Folterraum Ne Der Sockel im Altair hat eine Vertiefung Altair In die eine Kugel passen Also wieder zurück Quatsch Warte Warte mal Das war da hinten, oder? Was? Notiz Neu Braucht ein spezielles Tonicum, das ihn rettet Haben wir das nicht? Ach, der ist da, ne? Hm Oh man Glaublich Was zu essen? Was soll ich denn? Stück einer Kugel Oh je Was ist denn das da? Einmal Teer Das ist der für euch der Lust Nein Warten das? War das nicht mehr der Kugel da, wo das geblitzt hat? Dieses drehende Ding? Ja, das kann auch so sein Das war doch ganz anders Ist mir ganz zurück Ganz zurück Ganz zurück Oder? Nee Nee Warte mal Im Altairraum, ne? Altair? Sag ich doch die ganze Zeit Ach du Scheiße Sieht man mal, dass ich's will Das ist gar nicht, man weiß jetzt Oh je Wie? 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 Da hin? War das da? Gott, oh Gott Ja Ich bin gerade hergekommen Wo war denn die Vertiefung? Ich hab aber nichts gesehen Stich nicht Was? Wo war das? Muss ich wieder da rein? Oder was? Vielleicht doch in der Mitte Oder was? Und da sitzt kein A-Teil rum Ich war doch Nee, links war ich nicht, ne? Wo? Wo sind wir hier zuerst hin? Wollen wir da rein? Na rechts Ich hab mich nicht so fragen Ich weiß das nicht noch Ich hab mich jetzt noch mal schauen, ob wir es finden Ach, ne? Hm Da war mal erst Das ist auf der anderen Seite Geradeaus Nee Oder doch? Der ist da, versteck dich lieber Der sieht uns doch nicht Ich sag mal doch Ich sag mal doch Da drücken Oh, ne Oh, ne Ich hab nichts gesehen, da Ja, ich auch nicht Das war doch dort, wo wir waren Wo bei den Blitzen Ja, dann gehen wir da jetzt hin Na, wo war das? Wo war denn das? Doch ganz zurück, oder? Hm Bloß weg Weg, weg, weg Du läufst hier mitten rein Da hinten waren wir noch nicht, oder? Hm Versteck dich doch mal lieber an der Mauer Tschüss, Kind Was denn? Bis er es noch er kriegt Dann sind wir tot Dann hat er uns Ist auch wursch Nein Oh nein Blöde Viecher Altar Ja, was ist denn noch Altar? Gott Hilfe Da ist was Ja, bestimmt Waren wir da nicht drin? Nee Quatsch Da waren wir da nicht drin, oder? Quatsch Okay, geh mal rein Weil auf der Seite noch nicht waren Stimmt Ah Vielleicht dann da hin, oder? Könnt sein Okay Oh Gott Okay Was für eine Figur die da steht in der Mitte? Weiß ich nicht Scheiße Aber erstmal umgucken, oder? Ja Da ist was Na komm nimm's Na komm nimm's Die macht mir Angst, die Figur Die macht mir Angst, die Figur Gott Oh Gott Voll Teile Okay Gehen wir mal da hin So Okay Und jetzt? Da hoch Da hoch? Hm Und die Kugel zusammen setzen, oder? Scheiße Oh Gott Oh Fuck man Ich wusste, dass sie mir Angst macht Oh Fuck Oh Ich bin voll schocken getrat Oh, ich erste Oh Der Fälscher stand völlig still Der Sarg war verschlossen geworden Aber es rang noch ein schwaches Lichtschein ins Innere Unzählige eiserne Spitzen Waren auf ihn gerichtet Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorne Es dauerte eine Weile bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief Oh Gott Oh Gott Oh Oh Das war zu schubelte Meislimsgras Oh 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 Auf dem Ding. So, jetzt nur noch auf diese Seite gehen, weil da ist die Tür, ne? Ja. Und dich nicht erwischen lassen. Oh Gott. Rum, rum. Bin mal echt mal gespannt, wie das neue Amnesia ist. Das kenne ich noch gar nicht. Aber es sieht auch so erschreckt, wie hier. Ich habe ja jetzt echt gerade schon... Ja, in mir auch. Wollte ich auch kennen, aber... Das ist vergessen. Ich habe gesagt, die Figur macht mir Angst. Das war ein Instinkt, ne? Ja, ein fraulicher Instinkt. Ja. So. So, das sind wir schon mal los. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. So. Hier kann man ja nochmal laufen. Ne. Ich überleg mal, wo es war. Naja, das war ganz am Anfang, oder? Ne. So? So, einfach mal noch kein Blitzraum gesehen. Das war in den letzten Folgen. Na, der Blitzraum war doch da, wo. Na. Da war ja der Brücke, oder? Das muss ja auch jetzt hier am Ende gewesen sein. Bei den Brücken? War das? Hm. Oder wie? Hm. Wo? Oder? Feilig. Gucken wir über eine Uhr nach. Oh. Oh. Was geht denn da? Licht wäre schlecht. Gott. Wie sehr soll ich? Ich weiß nicht, ich habe das. 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 Aber wenn du es in deinem Herz fährst, die Ingenstände für die Weihre zu finden, bevor du zu Menschen zu kommen, dann könnte es noch eine Chance, dich zu schützen. Bitte. Okay. Wie? Oh Gott. Tier? Nein, nichts Tier. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, natürlich. Ich gehe mithauen nochmal rein, ja. Ich will jetzt etwas sehen. was man so will ne da ist nix was war da? was ist das? Querschiff! ah da ist das! oder? ja 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 was ist los? was ist das? da nicht ein Folterräuber da bin ich nicht in jetzt will ich hier ok dann nicht das warst du? Gott Hilfe ok jetzt geh ich mal nochmal zurück da wo die Zellen waren vielleicht da hin hier da drin oder? vielleicht ja schau mal Altar gehen wir mal rein Altar oder? da waren wir doch grad ne das war die andere Richtung ja genau Altar da ist die Blitzenschau ja genau Altar da ist die Blitzenschau oh Gott oh 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 Gott so ist tot schlaf oh oh scheiße ich bin erschrocken ey mir sei es raus man hat sogar meine Kopfhörer rausgeflogen schlaf ok sie noch nicht tot jetzt verbrachte den ganzen sommer im Bett er las ja immer wieder vor nachdem er seinen vater bei der arbeit geholfen hatte in seinem gedanken war sie wie sie sie so was und solange er ihr die Geschichte erzählte er hat uns gefangen oh Gott rück dich ne das ist weg ne das ist weg das da raus mhm die Tür ist verschlossen die Zellentür ist abgeschlossen finde einen anderen Ausweg ne das lustig da ist schon mal Öl da ist noch das Abschlag oder so das Abschlag oder so da ist noch vielleicht mit dem Maße ja Nein hier vielleicht hier vielleicht nein vielleicht die Tür du kannst du hier ich glaube ich komme da nicht aus ne ich glaube ich komme da nicht aus da einmal der Gegenwerf da gegen das Holz das ist denn da geht da oder das Bett das ist irgendwo nö nun gut ne weißt du nicht mal wie es hier rauskommt oh 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 toll du scheiße toll und jetzt was da ist von Steine so los guck mal da da ja die scheinen deine durchbrechen ah oh oh mit Hammer und Meißel oder ah 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 schlaues Mädchen ne cool wo sie sich weichten über ist da irgendwas ne gut oh no komm mal hier raus ja oh no weg da oh no schnell weg hier na alles durchsuchen oder ja letzte letzte notiz des gefangenen es gibt nicht mehr viel zu sagen ich schreibe nur um mich nicht noch einmal an die geschehnisse der letzten tage erinnern zu müssen wenn ich glück habe schlafe ich ein und die zeit wird wühllos vergehen ich habe begonnen mich von meinem gefängnis zu entwöhnen als ich hierher kam fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab aber jetzt fühle ich dass mir diese Wände Trost spenden solange ich hier drin bin fühle ich keinen Schmerz die Wände schützen mich vor dem was draußen geschieht ich habe sogar gelacht als einer der Wörter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung dass ich hier raus kommen könnte wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte in meinen Träumen Alexander bin ich König in meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown ich kehre mit allen rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen Ah Öl Hallo So Ok Schauen wir mal weiter Fuck Das ist wieder so ein Traum oder? Oh Oh Der lag aber auch nicht vorher da Ok Schau mal Der ist nackt Kann man da rein? Ja Da liegt auch was Da ist nix mehr, ne? Raus Oh Hölzerne Eimer Ja Na? Nimm Danke So Jetzt raus Ja Abgeschlossen Dann geh weiter Andere Tür Was kommt jetzt da? Finde einen Schlüssel um die Tür zu öffnen die er aus diesem Bereich rausführt Auf der anderen Seite geht ein Tisch da was liegt Aber der hat doch was gewonnen, ne? Dass da ein Schlüssel ist Ja Da 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 Aber man kann ihn nicht erreichen Ja Da Da Ja da muss er was aufhämmer nur noch Moment Da hab noch einmal Vielleicht ist raus spülen Das weiß ich nicht Ja Ich weiß nicht 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 Hoch Eimer So Wasser Ha Hm Hm Gute Idee Shit Brauchst du ihn einfach noch? Glaub nicht Okay Da machen wir jetzt Schluss Ja genau Jetzt wieder 25 Minuten Jawoll So Haben wir's wieder gehabt Nächstes Mal stecken wir Schlüssel rein Genau Also Ade Tschüss Schönen Abend noch